Prinz George bekommt im April ein Geschwisterchen. Dann kommt voraussichtlich das zweite Kind von Prinz William und seiner Frau Kate zur Welt. Wie schon beim ersten Mal leidet die Herzogin von Cambridge an einer extremen Form der Schwangerschaftsübelkeit und musste deshalb zunächst alle öffentlichen Termine absagen. William, die Nummer zwei der britischen Thronfolge und seine Frau, hatten Anfang September bekannt gegeben, dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Beide haben bereits einen kleinen Sohn. Prinz George kam am 22. Juli 2013 zur Welt. Die Queen zeigte sich stolz über die Aussicht auf ein weiteres Urenkelkind. Der Junge oder das Mädchen wird Nummer vier der britischen Thronfolge nach Prinz Charles, seinem Sohn William und dessen Sohn George. Williams jüngerer Bruder Harry rutscht auf Rang fünf.